Drittes Buch Klassifikation und Einteilung der Massen Erstes Kapitel Klassifikation der Massen Wir haben in dieser Schrift die allen psychologischen Massen gemeinsamen Grundzüge dargetan. Wir haben nun die besonderen Merkmale vorzuführen, die zu diesen Grundmerkmalen, die nach der Art der Gesamtheiten hinzukommen, wenn diese sich unter dem Einfluss geeigneter Anreize in eine Masse verwandeln. Zunächst geben wir in aller Kürze eine Klassifikation der Massen. Ausgangspunkt ist für uns die einfache Menge. Ihre niedrigste Art ist dann gegeben, wenn sie sich aus Individuen verschiedener Rasse zusammensetzt. Ihr einziges Band ist der mehr oder weniger geachtete Wille eines Anführers. Als Beispiel dieses Massentypus können die Barbaren verschiedenen Ursprungs dienen, welche eine Reihe von Jahrhunderten hindurch das Römische Reich besetzten. Höher als diese Mengen aus verschiedenen Rassen stehen jene, welche unter dem Einfluss gewisser Faktoren gemeinsame Merkmale aufgenommen haben und schließlich zu einer Rasse geworden sind. Sie werden gelegentlich die Sondermerkmale der Massen aufweisen, aber so, dass dieselben von denen der Rasse mehr oder weniger überdeckt werden. Beide Kategorien der Mengen können sich unter dem Einfluss der von uns untersuchten Faktoren in organisierte oder psychologische Massen verwandeln. Die organisierten Massen teilen wir wie folgt ein. A. Heterogene Massen 1. Anonyme, zum Beispiel Straßenansammlungen 2. Nicht-Anonyme, zum Beispiel Jury, Parlament und so weiter B. Homogene Massen 1. Sekten, politische, religiöse und andere Sekten 2. Kasten, militärische, Priester, Arbeiterkasten und so weiter 3. Klassen, Bürger, Bauern und so weiter Wir geben in Kürze die Sondermerkmale dieser verschiedenen Massenformen an. § 1 Heterogene Massen Es sind das die Gesamtheiten, deren Eigenschaften wir in der vorliegenden Schrift untersucht haben. Sie bestehen aus beliebigen Individuen, gleichgültig wessen beruf es und welche Intelligenz. Wir wissen bereits, dass schon durch das Zusammentreten von Menschen zu einer wirksamen Masse ihre kollektive Psychologie wesentlich von ihrer Individualpsychologie abweicht und dass ihre Intelligenz sie dieser Differenzierung nicht entzieht. Wir sahen, in den Gesamtheiten spielt die Intelligenz keinerlei Rolle, es wirken hier nur Gefühle. Ein Grundfaktor, die Rasse, lässt uns die verschiedenen heterogenen Massen ziemlich scharf sondern. Schon wiederholt kamen wir auf die Rolle der Rasse zu sprechen und wir zeigten, sie sei der mächtigste Faktor, der auf die menschlichen Handlungen Einfluss nimmt. Sie bekundet ihre Wirkung auch in den Masseneigenschaften. Eine aus verschiedenen Individuen, die insgesamt Engländer oder Chinesen sind, zusammengesetzte Masse, wird sich von einer anderen Masse, die etwa aus Russen, Franzosen oder Spanien besteht, von Grund aus unterscheiden. Die großen Divergenzen, welche die ererbte Geistesbeschaffenheit hinsichtlich der Gefühls- und Denkweise der Menschen begründet, kommen sogleich zum Ausbruch, wenn Umstände, die allerdings ziemlich selten sind, Individuen verschiedener Nationalität, in ungefähr gleichem Verhältnisse zu einer einzigen Masse vereinigen, mögen auch die den Vereinigungspunkt darstellenden Interessen scheinbar noch so identisch sein. Die Versuche der Sozialisten, auf großen Kongressen Vertreter der Arbeiterbevölkerung aller Länder zu vereinigen, sind stets in heftige Streitigkeiten ausgelaufen. Eine lateinische Masse, so revolutionär oder konservativ sie auch gedacht werde, wird zur Erfüllung ihrer Forderungen sich stets an den Staat wenden. Sie ist stets zentralistisch und mehr oder minder monarchisch. Eine englische oder amerikanische Masse hingegen weiß nichts vom Staat und appelliert nur an die private Initiative. Eine französische Masse hält vor allem viel auf Gleichheit, eine englische auf Freiheit. Eben diese Rassendifferenzen sind die Ursache, dass es fast ebenso viele Arten des Sozialismus und der Demokratie als Nationen gibt. Die Rassenseele beherrscht also völlig die Massenseele. Sie ist das mächtige Substrat, das ihre Schwingungen begrenzt. Es kann als ein Grundgesetz gelten, dass die niederen Eigenschaften der Massen umso weniger akzentuiert sind, je stärker die Rassenseele ist. Die Regierung und Herrschaft der Massen bedeutet die Barbarei oder die Rückkehr zu ihr. Durch Erwerbung einer fest organisierten Seele allein entgeht die Rasse immer mehr der unbesonnenen Macht und kommt aus der Barbarei heraus. Außer der Rasse besteht die einzig bedeutsame Klassifikation der heterogenen Massen in der Unterscheidung derselben in anonyme wie die Straßenansammlungen und nicht-anonyme Massen. Das Verantwortlichkeitsgefühl, welches den Ersteren fehlt und bei den Letzteren sich entwickelt zeigt, verleiht ihren Handlungen oft eine sehr verschiedene Richtung. Paragraf 2 Homogene Massen Die homogenen Massen umfassen erstens die Sekten, zweitens die Kasten, drittens die Klassen. Die Sekte stellt den ersten Grad der Organisation homogener Massen dar. Zu ihr gehören Individuen, deren Erziehung, Beruf und Milieu oft sehr verschieden ist und die nur durch das Band der Überzeugungen miteinander verbunden sind, so zum Beispiel die religiösen und politischen Sekten. Die Kaste stellt den höchsten Organisationsgrad dar, dessen die Masse fähig ist. Während die Sekte Individuen umfasst, deren Beruf, Bildung und Milieu sehr verschieden sind und die nur durch Gemeinsamkeit der Überzeugungen sich aneinander anschließen, gehören zur Kaste nur Individuen gleichen Berufes und folglich auch ziemlich ähnlicher Bildung und Lebensverhältnisse, so zum Beispiel die militärische und die Priesterkaste. Die Klasse wird von Individuen verschiedenen Ursprungs gebildet, die weder wie die Mitglieder einer Sekte durch die Übereinstimmung der Überzeugungen noch auch durch die Gleichheit des Berufs wie die Mitglieder einer Kaste, sondern durch bestimmte Interessen, Lebensgewohnheiten und gleichartige Erziehung vereinigt sind, so zum Beispiel die Klasse der Bürger, der Bauern und so weiter. Da ich in diesem Buche es nur mit den heterogenen Massen zu tun habe und die Untersuchung der homogenen Massen, Sekten, Kasten, Klassen, einem anderen Werk vorbehalte, so werde ich die Eigenschaften der Letzteren hier nicht weiter verfolgen und mich nur mit einigen Arten heterogener Massen, die ich als typische Beispiele herausgreife, beschäftigen. Zweites Kapitel Die sogenannten kriminellen Massen Da nach einer bestimmten Erregungsperiode die Massen in den Zustand einfacher, unbewusster, von Suggestionen geleiteter Automaten geraten, so scheint es schwierig, sie in irgendeinem Falle als verbrecherisch zu qualifizieren. Ich behalte diese falsche Bezeichnung nur bei, weil sie durch neuere psychologische Forschungen üblich geworden ist. Gewisse Handlungen der Massen sind, in sich betrachtet, gewiss verbrecherisch, aber auch nur in dem Sinne, wie es die Tat eines Tigers, der einen Hindu verschlingt, nachdem er ihn vorerst durch seine Jungen, zu deren Unterhaltung hat, zerfleischen lassen. Die Massenverbrechen haben in der Regel eine mächtige Suggestion zum Beweggrund und die schuldigen Individuen sind in der Folge davon durchdrungen, sie hätten eine Pflicht erfüllt, ein Umstand, der bei dem gewöhnlichen Verbrecher fehlt. Dies wird durch die Geschichte der von den Massen begangenen Verbrechen bezeugt. Als typisches Beispiel wäre die Ermordung des Gouverneurs der Bastille, de Luneu, anzuführen. Nach dem Falle dieser Festung empfing der von einer äußerst erregten Menge umgebene Gouverneur von allen Seiten Hiebe. Man schlug vor, ihn zu hängen, zu enthaupten oder an den Schweif eines Pferdes zu binden. Sich losmachend gab er einem der Umstehenden versehentlich einen Fußstoß. Darauf machte jemand den von der Masse sogleich beifällig aufgenommenen Vorschlag, dass von dem Fußstoße betroffene Individuum solle dem Gouverneur den Hals abschneiden. Dieser, ein stellenloser Koch, der nach der Bastille gegangen war, um zu sehen, was dort vorging, glaubt, die Tat sei patriotisch, weil dies die allgemeine Ansicht ist und glaubt sogar, einen Orden zu verdienen, wenn er ein Ungeheuer vernichtet. Mit einem ihm dagereichten Säbel schlägt er auf den entblößten Hals. Da der schlecht geschliffene Säbel nicht schneidet, zieht er aus seiner Tasche ein kleines Messer mit einem schwarzen Heft und vollendet, da er als Koch das Fleisch zu bearbeiten weiß, erfolgreich seine Operation. Hier zeigt sich klar der früher angegebene Mechanismus. Gehorsam gegenüber einer Suggestion, die umso stärker ist, als sie kollektiv ist, Überzeugung des Mörders, eine sehr verdienstvolle Tat begangen zu haben, eine Überzeugung, die umso natürlicher ist, da er den einmütigen Beifall seiner Mitbürger besitzt. Eine solche Tat kann wohl gesetzlich, aber nicht psychologisch als Verbrechen qualifiziert werden. Die allgemeinen Merkmale der sogenannten kriminellen Massen sind eben jene, die wir bei allen Massen angetroffen haben. Suggestibilität, Leichtgläubigkeit, Wandelbarkeit, Überschwang der guten und schlechten Gefühle, Äußerung gewisser Sittlichkeitsformen und so weiter. Alle diese Merkmale finden sich bei einer der Massen, welche in unserer Geschichte ein sehr trauriges Andenken zurückgelassen haben, wieder, nämlich bei den Septembermännern. Sie weisen übrigens eine starke Analogie mit den Anstiftern der Bartholomäusnacht auf. Die Einzelheiten des Berichts entnehme ich Tain, der aus den zeitgenössischen Memoiren geschöpft hat. Es ist nicht genau bekannt, wer den Befehl oder die Suggestion zur Ausleerung der Gefängnisse, um die Gefangenen abzuschlachten, gegeben hat. Ob dies wie wahrscheinlich ist, Danton oder ein anderer war, ist gleichgültig. Uns interessiert hier nur die mächtige Suggestion, welche die mit dem Blutbade betraute Menge empfing. Die Masse der Menschenschlechter umfasste ungefähr 300 Personen und repräsentierte vollkommen den Typus einer heterogenen Masse. Abgesehen von einer ganz geringen Anzahl von gewerbsmäßigen Bettlern bestand sie namentlich aus Händlern und Handwerkern aller Art. Aus Schustern, Schlossern, Perückenmachern, Maurern, Angestellten, Dienstmännern und so weiter. Unter dem Einfluss der empfangenen Suggestion sind sie, wie der oben erwähnte Koch, durchaus davon überzeugt, eine patriotische Pflicht zu erfüllen. Sie üben ein doppeltes Amt aus, das des Richters und des Scharfrichters, halten sich aber in keiner Weise für Verbrecher. Durchdrungen von der Wichtigkeit ihrer Aufgabe bilden sie zunächst eine Art Gerichtshof und alsbald zeigt sich der einfältigste Geist und ebenso die Billigkeit der Massen. Angesichts der beträchtlichen Anzahl der Angeklagten wird zunächst entschieden, die Adeligen, Priester, Offiziere, Diener des Königs, das heißt alle jene, deren Beruf schon in den Augen eines guten Patrioten als Schuldbeweis erscheint, sollen haufenweise getötet werden, ohne dass es eines besonderen Urteils bedarf. Die übrigen werden nach Aussehen und Ansehen verurteilt werden. Nach Befriedigung ihres rudimentären Gewissens kann die Masse in legaler Weise an die Abschlachtung gehen und jenen Grausamkeitsinstinkten freien Lauf lassen, deren Ursprung ich früher zeigte und den die Gesamtheiten stets in hohem Maße zu entfalten vermögen. Sie verhindern übrigens nicht, es ist dies die Regel bei den Massen, die gleichzeitige Offenbarung gegensätzlicher Gefühle, so zum Beispiel die Empfindsamkeit, die oft ebenso groß ist wie ihre Grausamkeit. Sie haben das ausgedehnte Mitgefühl und die leichte Erregbarkeit des Pariser Handwerkers. In der Abtei vernahm ein Föderierter, dass man die Häftlinge seit 26 Stunden ohne Wasser gelassen und wollte durchaus den nachlässigen Pförtner töten und hätte dies ohne die Fürbitte der Gefangenen auch getan. Ist von ihrem improvisierten Gerichtshof ein Gefangener freigesprochen worden, so wird er von Wächtern und Henkern, von jedermann umarmt und stürmisch begrüßt. Dann geht es an die Massenabschlachtung der Übrigen. Während des Blutbades herrscht beständig eine heitere Stimmung. Man tanzt und singt um die Leichen, stellt den Damen, die glücklich sind, dass sie einen Aristokraten töten sehen, Bänke zur Verfügung. Doch geben sie weitere Proben, eine besonderen Courtoise zu erkennen. Als ein Henker in der Abtei sich beklagt, die etwas weiter sitzenden Damen säen schlecht und nur einige der Anwesenden hätten das Vergnügen, auf die Aristokraten einzuhauen, geben sie die Berechtigung dieser Bemerkung zu und bestimmen, man werde die Opfer langsam zwischen zwei Hecken von Würgern passieren lassen, die zur Verlängerung des Strafgerichts nur mit den Säbelrücken hauen dürfen. In der Festung entkleidet man die Opfer völlig, zerfleischt sie eine halbe Stunde lang und dann, wenn jedermann alles gut gesehen hat, schlitzt man ihnen endlich den Leib auf. Die Menschenschlechter sind übrigens sehr skrupelhaft und bekunden jene Sittlichkeit, deren Existenz bei den Massen wir bereits verzeichneten. Sie scheuen davor zurück, sich des Geldes und des Schmucks der Opfer zu bemächtigen und bringen es zu dem Tische des Ausschusses. In allen ihren Handlungen finden sich die rudimentären Denkweisen, die für die Massenseele charakteristisch sind. So bemerkt nach einer Abschlachtung von 1200 bis 1500 Volksfeinden irgendjemand, dessen Anregung Verständnis findet. Die anderen Gefängnisse, welche alte Bettler, Vagabunden, jugendliche Häftlinge einschließen, enthielten in Wahrheit nur unnütze Esser. Es wäre daher gut, sich ihrer zu entäußern. Übrigens müsse es unter ihnen auch Volksfeinde geben, wie zum Beispiel eine gewisse alte Frau Delar, die Witwe des Giftmischers. Sie muss wütend sein, im Gefängnis zu sitzen. Vermöchte sie es, würde sie Paris in Brand setzen. Sie soll dies gesagt haben, sie hat es gesagt. Fort mit ihr! Diese Demonstration scheint evident und so wird alles haufenweise massakriert, inbegriffen etwa 50 Kinder von 12 bis 17 Jahren, die ja auch Volksfeinde hätten werden können und deren Beseitigung von Interesse war. Nach Verlauf dieser Arbeitswoche waren alle die Maßnahmen ausgeführt und die Menschen schlechter und die Menschen schlechter durften an ihre Ruhe denken. Da sie tief davon durchdrungen waren, sich um das Vaterland wohlverdient gemacht zu haben, verlangten sie von den Autoritäten eine Belohnung. Die Eifrigsten forderten sogar eine Medaille. Ähnliche Tatsachen weist die Geschichte der Kommune von 1871 auf. Der wachsende Einfluss der Massen und die allmähliche Kapitulation der Mächte vor ihnen wird uns sicherlich noch viele andere bringen. Drittes Kapitel Die Geschworenen bei den Assisen gerichten Da wir an dieser Stelle nicht alle Arten von Geschworenen betrachten können, so werde ich mich nur mit den Wichtigsten derselben, den Beisitzern an den Assisen, Gerichten befassen. Sie bieten uns ein treffliches Beispiel für die nicht-anonyme, heterogene Masse. Wir finden hier die Suggestibilität, die Vorherrschaft der unbewussten Eindrücke, die geringe Fähigkeit zum Denken, den Einfluss der Anführer und so weiter. Ihr Studium wird uns mit interessanten Mustern von Irrtümern bekannt machen, welche die mit der Psychologie der Gesamtheiten nicht Vertrauten begehen können. Die Geschworenen sind zunächst ein Beispiel für die geringe Bedeutung, die hinsichtlich der Entscheidungen dem geistigen Niveau der verschiedenen Elemente einer Masse zukommt. Wir sahen, wenn eine beratende Versammlung ihr Urteil über eine nicht gänzlich technische Frage abgeben soll, so spielt hierbei die Intelligenz keinerlei Rolle, und eine Versammlung von Gelehrten oder Künstlern weist durch die bloße Tatsache der Vereinigung über allgemeine Gegenstände keine von den Anschauungen einer Maurer oder Krämeversammlung merklich unterscheidenden Urteile auf. In manchen Zeiten traf die Verwaltung unter den zu geschworenen ernannten Personen eine sorgfältige Auswahl und man entnahm sie den gebildeten Klassen, Professoren, Beamten, Gelehrten und so weiter. Heutzutage setzt sich die Jury besonders aus Kleinhändlern, Handwerksmeistern, Angestellten und so weiter zusammen. Und nun zeigt zur großen Verwunderung der Fachschriftsteller die Statistik, dass die Entscheidungen der Geschworenen ganz dieselben sind, mögen jene wie immer zusammengesetzt sein. Selbst die der Institution der Geschworenen so abholten Gerichtspersonen mussten die Richtigkeit dieser Tatsache anerkennen. Ein ehemaliger Präsident des Assisen-Gerichtshofes, Bernard de Glagieux, bemerkt in seinen Erinnerungen darüber Folgendes. Heute liegt die Auswahl der Geschworenen tatsächlich in den Händen der Stadträte, die sich von politischen und Wahlverhältnissen leiten lassen. Die Majorität der Gewählten besteht aus Kaufleuten von geringerer Bedeutung als früher und aus bestimmten Verwaltungsbeamten. Da die Anschauungen sich in der Richterrolle mit allen Berufsarten vermengen, viele den Eifer des Neophyten bezeugen und die mit dem besten Willen Begabten sich in den einfachsten Ständen befinden, so hat sich der Geist der Jury nicht geändert. Ihre Verdikte sind sich gleich geblieben. Aus der hier angeführten Stelle wollen wir die ganz wichtigen Folgerungen, nicht aber die recht schwachen Erklärungen behalten. Wir dürfen über diese Schwäche nicht allzu sehr erstaunt sein, denn die Psychologie der Massen, also auch die der Geschworenen, scheint den meisten Anwälten wie den Richtern unbekannt gewesen zu sein. Den Beweis dafür gibt mir die von dem eben genannten Autor aufgeführte Tatsache, dass einer der berühmtesten Advokaten am Arsisen Gerichtshof, Lechon, systematisch sich seines Rechtes der Ablehnung aller gebildeten Mitglieder der Jury bediente. Die Erfahrung aber und nur sie zeigte ihm schließlich die Zwecklosigkeit dieser Ablehnungen. Zum Beleg dafür dient die Tatsache, dass gegenwärtig das Justizministerium und die Advokaten in Paris wenigstens vollständig darauf verzichtet haben und dennoch haben sich, wie das Glaiue bemerkt, die Verdikte nicht geändert. Sie sind weder besser noch schlechter. Wie alle Menschen werden die Geschworenen sehr stark durch Gefühle, nur sehr schwach durch logische Argumente beeinflusst. Sie widerstehen nicht, schreibt ein Advokat, dem Anblick einer stillenden Frau oder einem Aufmarsch von Weisen. Eine Frau braucht nur anmutig zu sein, sagt das Glaiue, so gewinnt sie das Wohlwollen der Jury. Unerbitterlich gegenüber Verbrechen, von denen sie selbst betroffen werden könnten und eben für die Gesellschaft die schrecklichsten sind, haben sie viel Nachsicht gegenüber den sogenannten Leidenschaftsverbrechen. Selten zeigen sie die Strenge bei Kindesmord unehelicher Mütter und noch weniger gegenüber dem verlassenen Mädchen, welches seinen Verführer ein wenig mit Veritol überschüttet, indem sie instinktiv recht wohl fühlen, diese Verbrechen seien für die Gesellschaft wenig gefährlich und es sei in einem Lande, das verlassene Mädchen nicht schützt, das Verbrechen der sich Rechenden mehr nutzen als Schaden bringend, indem es künftige Verführer im Vorhinein abschreckt. Die Jurys werden wie alle Massen durch das Prestige stark geblendet und ganz richtig bemerkt der Präsident des Glayö, sie seien sehr demokratisch ihrer Zusammensetzung nach, aber sehr aristokratisch in ihren Neigungen. Name, Geburt, Reichtum, Ansehen und die Anwesenheit eines berühmten Anwalts, alles Distinguierende und Glänzende bilden für den Angeklagten eine sehr erhebliche Stütze. Es muss die Sorge eines jeden guten Anwalts sein, auf die Gefühle der Geschworenen einzuwirken und wie bei allen Massen nur wenig zu resonieren oder nur rudimentäre Argumentationsweisen anzuwenden. Ein durch seine Erfolge beim Assisengericht berühmter Advokat hat dieses Verfahren trefflich ausgeübt. Während seines Plädoyers beobachtet er aufmerksam die Jury. Der Augenblick ist günstig. Mittels seines Spürsinnes und auf die Erfahrung gestützt, liest der Advokat die Wirkung jeder Phrase, jedes Wortes in den Minen und zieht daraus seine Schlüsse. Es handelt sich vor allem darum, die dem Falle im Voraus günstigsten Mitglieder zu erkennen. Der Verteidiger versichert sich ihrer durch eine Handbewegung, dann wendet er sich zu dem Anscheine nach ungünstig gestimmten Mitgliedern und bemüht sich zu erraten, warum sie gegen den Angeklagten eingenommen sind. Das ist der heikelste Teil der Arbeit, denn es kann außer der Gerechtigkeit noch unzählige Gründe geben, einen Menschen verurteilen zu wollen. Diese wenigen Zeilen bringen das Ziel der rednerischen Kunst ausgezeichnet zum Ausdruck und zeigen uns zugleich, warum die einstudierte Rede zwecklos ist. Wenn man in jedem Augenblick je nach dem erzielten Eindruck die Ausdrücke ändern muss. Der Redner braucht nicht alle Mitglieder der Jury auf seine Seite zu bringen, sondern bloß die Tonangebenden, welche die Gesamtmeinung beeinflussen werden. Es gibt hier, wie in allen Massen, eine kleine Anzahl von führenden Individuen. Ich habe, bemerkt der oben erwähnte Anwalt, die Erfahrung gemacht, dass im Moment Missfällung nur ein bis zwei energische Männer da sein mussten, um die übrigen Geschworenen mitzureißen. Diese zwei bis drei Männer muss man durch geschickte Suggestionen überzeugen. Das Massenmitglied, dem man gefällt, ist leicht zu überzeugen und durchaus in der Verfassung alle ihm vorgeführten Gründe als trefflich zu befinden. In der interessanten Arbeit über Lachau finde ich folgende Anekdote. Wie man weiß, ließ Lachau während der ganzen Dauer seiner Ansprachen an die Geschworenen zwei bis drei von ihnen, die er als einflussreich, aber spröde kannte oder glaubte, nicht aus den Augen. In der Regel gelang ihm die Gewinnung der Widerspenstigen. Aber einmal traf er in der Provinz einen, den er dreiviertelstunden lang mit seinen stärksten Waffen vergebens bearbeitete, den ersten auf der zweiten Bank, den siebenten Geschworenen. Es war zum Verzweifeln. Plötzlich, mitten in einem leidenschaftlichen Passus, hält Lachau inne und wendet sich an den Vorsitzenden des Gerichtshofs mit den Worten, Herr Präsident, könnte man nicht den Vorhang dort herunterlassen, den siebten Herrn Geschworenen blendet das Sonnenlicht. Der siebte Geschworene Errötete, lächelte, dankte. Er war der Verteidigung gewonnen. Verschiedene Autoren, unter ihnen sehr namhafte, haben in der letzten Zeit die Institution der Schwurgerichte heftig bekämpft, den einzigen Schutz, den wir gegen die wirklich sehr häufigen Irrtüme der kontrollfreien Kaste besitzen. Die einen möchten eine bloß den gebildeten Ständen entnommene Jury. Aber wir sahen schon, dass auch dann die Entscheidungen mit den jetzt abgegebenen identisch sein werden. Andere wieder, die sich auf die von Geschworenen begangenen Irrtümer berufen, wollen die Abschaffung jener und deren Ersetzung durch Richter. Wie könnten wir aber vergessen, dass diese den Geschworenen so oft vorgeworfenen Irrtümer stets zuerst von den Richtern begangen wurden? Denn wenn der Angeklagte vor der Jury erscheint, so ist er bereits von verschiedenen Richtern als schuldig angesehen worden, vom Untersuchungsrichter, vom Staatsanwalt und vom Anklagesenat. Sieht man denn nicht, dass der Angeklagte, würde er statt von Geschworenen schließlich von Richtern abgeurteilt, seine einzige Aussicht auf Freisprechung einbüßen würde? Die Irrtümer der Geschworenen waren zuerst stets Irrtümer der Richter. An diese Letzteren allein muss man sich also halten, wenn man besonders ungeheuerliche Justizirrtümer wie die Verurteilung des Dr. X findet, der auf die Anzeige eines halb idiotischen Mädchens, welches den Arzt beschuldigte, für 30 Frans habe er sie abortieren lassen, von einem doch nicht zu sehr beschränkten Untersuchungsrichter verfolgt, ohne den Entrüstungsausbruch der Öffentlichkeit, die seine Begnadigung durch das Staatsoberhaupt zur Folge hatte, ins Bango gewandert wäre. Die von allen seinen Mitbürgern anerkannte Ehrenhaftigkeit des Verurteilten legte die Grobheit des Irrtums an den Tag. Selbst die Richter erkannten dieselbe, aber aus Korpsgeist taten sie alles Mögliche, um die Unterzeichnung der Begnadigung zu verhindern. In ähnlichen Fällen hört die von technischen Details, die sie nicht versteht, umgebene Jury naturgemäß auf die Judikatur, indem sie sich sagt, der Fall sei von Richtern, die in allen Feinheiten bewandert sind, untersucht. Wer sind dann die wahren Urheber Urheber Irrtums, die Geschworenen oder die Richter? Wir wollen also die Jury sorgfältig wahren. Sie bildet vielleicht die einzige Art der Masse, die durch keine Individualität zu ersetzen ist. Nur sie kann die Härten des Gesetzes mildern, welches für alle gleich im Prinzip blind sein muss und Sonderfälle nicht kennen darf. Der dem Mitleid Unzugängliche, nur den Wortlaut des Gesetzes kennende Richter mit seiner Berufshärte würde den Raubmörder nicht anders bestrafen, als das arme Mädchen, das von seinem Verführer verlassen und dem Elend preisgegeben zum Kindesmord verleitet wird. Während die Jury instinktiv sehr wohl fühlt, das verführte Mädchen sei viel weniger Schuld als der Verführer, der noch dem Gesetz entschlüpft und verdiene alle ihre Nachsicht. Indem ich die Psychologie der Kasten ebenso wie die der anderen Massen sehr wohl kenne, sehe ich keinen Fall, wo ich, wäre ich eines Verbrechens angeklagt, nicht lieber es mit Geschworenen als mit Richtern zu tun hätte. Bei den Ersteren hätte ich große Aussicht auf Freisprechung, bei den Letzteren nur sehr geringe. Fürchten wir die Macht der Massen, aber noch mehr die Macht gewisser Kasten. Die Ersten lassen sich vielleicht überwinden, die Letzteren wanken niemals. Viertes Kapitel die Wählermassen. Die Wählermassen, das heißt, die zur Wahl irgendwelcher Amtsinhaber berufenen Gesamtheiten bilden heterogene Massen. Da sie aber nur in einer ganz bestimmten Hinsicht ihre Wirksamkeit entfalten, nämlich betreffs der Wahl zwischen mehreren Kandidaten, so lassen sich bei ihnen nur einige der vorbeschriebenen Merkmale beobachten. Besonders bekunden sie die geringe Urteilsfähigkeit, den Mangel kritischen Geistes, die Erregbarkeit, Leichtgläubigkeit und Einfalt der Massen. In ihren Entscheidungen findet sich auch der Einfluss der Führer und die Rolle der bereits angeführten Faktoren, die Behauptung, die Wiederholung, das Prestige und die Ansteckung. Sehen wir nun zu, wie sie zu gewinnen sind. Aus den am besten dazu geeigneten Verfahrensweisen wird deren Psychologie klar erhellen. Erste Bedingung, die der Kandidat zu erfüllen hat, ist, dass er ein Prestige besitzt. Das persönliche Prestige ist nur durch das des Reichtums zu ersetzen. Das Talent und sogar das Genie ist kein Element des Erfolgs. Diese Notwendigkeit, dass der Kandidat ein Prestige, das heißt die Macht sich ohne Diskussion durchzusetzen hat, ist wesentliche Art. Wenn die Wähler, deren Mehrheit aus Handwerkern und Bauern besteht, so selten einen der Ihrigen zum Abgeordneten wählt, so erklärt sich dies daraus, dass sie ihrem Stande angehörenden Personen kein Prestige bei ihnen haben. Und wenn sie zufällig einen aus ihrer Mitte erwählen, so geschieht das meistens nur aus nebensächlichen Gründen, zum Beispiel um einen hervorragenden Mann, einem mächtigen Fabriksherrn wegen der Abhängigkeit, in der sich der Wähler ständig von ihm befindet, entgegenzutreten und so die Illusion zu bekommen, für einen Augenblick der Herr zu sein. Aber der Besitz des Prestiges genügt nicht zur Sicherung des Erfolgs. Der Wähler hält darauf, dass man seinen Begierden und Eitelkeiten schmeichelt. Der Kandidat muss sich ihm gegenüber als Speichellecker erweisen und kein Bedenken tragen, ihm die fanatischsten Versprechungen zu machen. Ist er ein Arbeiter, so kann man seine Chefs nicht genug beleidigen und schmähen. Den gegnerischen Kandidaten wiederum muss man zu vernichten suchen, indem man durch Behauptungen, Wiederholungen und Übertragungen festzustellen sucht, er sei der ärgste Schuft, von dem jeder weiß, dass er mehrere Verbrechen auf dem Gewissen hat. Selbstredend darf man hierbei nichts vorbringen wollen, was einem Beweise ähnelt. Ist der Gegner ein schlechter Kenner der Massenpsychologie, so wird er sich durch Argumente zu Rechtfertigen suchen, statt sich damit zu begnügen, Behauptungen mit Behauptungen zu erwidern, und er wird dann keine Aussicht auf Sieg mehr haben. Das geschriebene Programm des Kandidaten darf nicht zu kategorisch sein, weil sein Gegner es ihm später entgegen halten könnte, aber das mündliche Programm kann nicht übertrieben genug sein. Die außerordentlichsten Reformen dürfen unbesorgt in Aussicht gestellt werden. Für den Augenblick erzielen diese Übertreibungen große Wirkung und und für die Zukunft verpflichten sie zu nichts. Es ist in der Tat eine konstante Beobachtung, dass der Wähler sich niemals um die Erkundung dessen gekümmert hat, in welchem Ausmaße der Gewählte sein Programm, welches gut geheißen und angeblich zur Grundlage der Wahl genommen war, erfüllt hat. Wir erkennen hier alle von uns beschriebenen Überzeugungsfaktoren wieder. Wir finden sie ebenso in der Wirkung der Worte und Formeln, dessen mächtige Herrschaft wir bereits dargetan haben. Der Redner, der die Massen zu behandeln weiß, bringt die Massen, wozu er will. Ausdrücke wie das infame Kapital, die gemeinen Ausbeuter, der vortreffliche Arbeiter, die Sozialisierung der Vermögen und andere erzielen stets den gleichen, wenn auch schon etwas abgebrauchten Effekt. Der Kandidat aber, der eine neue Formel findet, die jeder bestimmten Bedeutung ermangelt und da er den verschiedensten Ansprüchen zu genügen vermag, erzielt unfehlbar einen Erfolg. Die blutige spanische Revolution von 1837 kam durch eines jener magischen schillernden Worte, das jeder nach seiner Weise deuten kann, zustande. Ein zeitgenössischer Autor hat den Ursprung derselben in denkwürdigen Ausdrücken berichtet. Die Radikalen hatten entdeckt, eine unitarische Republik sei eine verkappte Monarchie und ihnen zu gefallen hatten die Cortes einstimmig die föderative Republik proklamiert, ohne dass auch nur einer der Votanten hätte sagen können, was da eben votiert wurde. Aber diese Formel bezauberte alle Welt. Es war das ein Rausch, ein Delirium. Die Herrschaft der Tugend und des Glückes war soeben auf Erden begründet worden. Ein Republikaner, dessen Feind ihm den Titel eines Föderalen versagte, war dadurch wie ob eines tödlichen Schimpfwortes beleidigt. Auf den Straßen ging man aufeinander zu mit den Worten, dann stimmte man der heiligen Disziplinlosigkeit und Autonomie der Soldaten Lobeshymnen an. Was war die Föderative Republik? Die einen verstanden darunter die Emanzipation der Provinzen, der Institutionen nach dem Muster der Vereinigten Staaten oder die Dezentralisierung der Verwaltung. Andere widerdachten an die Beseitigung aller Autoritäten, an die nahe Eröffnung der sozialen Liquidation. Die Sozialisten aus Barcelona und Andalusien predigten die absolute Souveränität der Gemeinden und forderten, man solle in Spanien Zehntausend unabhängige autonome Gemeinden bilden und zugleich die Armee und die Gendarmerie aufheben. Bald sah man in den südlichen Provinzen den Aufstand von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf sich ausbreiten. Sobald eine Gemeinde ihr Pronunciamento erlassen, war ihre erste Sorge, den Telegrafen und die Eisenbahnen zu zerstören, um alle Verbindungen mit der Umgegend und mit Madrid aufzuheben. Keinen elenden Flecken gab es, der nicht selbstständig sein wollte. Der Föderalismus hatte einem brutalen, mordbrennerischen und mörderischen Kantonalismus Platz gemacht und überall feierte man blutige Saturnalien. Um den Einfluss, den logische Darlegungen auf den Geist der Wähler auszuüben Vermögen zu überschätzen, müsste man niemals den Bericht über eine Wählerversammlung gelesen haben. Man tauscht ihr Behauptungen, Invektiven, manchmal auch Püffe aus, aber niemals Gründe. Es herrscht nur dann einen Moment Ruhe, wenn ein bedächtigerer Teilnehmer an den Kandidaten eine jener kitzligen Fragen richtet, die die Zuhörerschaft sehr belustigt. Die Zufriedenheit der Gegner dauert aber nicht lange, denn die Stimme des Vorredners wird bald von dem Geheule seiner Gegner übertönt. Als Typus öffentlicher Versammlungen lassen sich folgende aus hunderten ähnlichen herausgegriffene und in Tagesblättern entnommene Berichte ansehen. Nachdem ein Organisator die Anwesenden ersucht hatte, einen Vorsitzenden zu wählen, brach der Sturm aus. Die Anarchisten stürzten vor, um sich des Rednerpuls im Sturm zu bemächtigen. Die Sozialisten verteidigten ihn energisch, man stößt einander, schimpft sich gegenseitig Spion, Bestochner und dergleichen, ein Bürger zieht sich mit einem blauen Auge zurück. Endlich ist das Pult mitten im Tumult schlecht und recht aufgestellt, die Tribüne verbleibt dem Genossen X. Der Redner lässt eine Salve gegen die Sozialisten los, ihn unterbrechen und schreien Trottel, Bandit, Knei und so weiter. Genosse X beantwortet diese Schimpfnamen durch Darlegung einer Theorie, wonach die Sozialisten Idioten oder Possenreißer sind. Die alemanistische Partei hatte gestern Abend im Saale der Kaufmannschaft in der Rue Fabour du Temple eine große Versammlung zur Arbeitsfeier am 1. Mai einberufen. Das Losungswort lautete Stille und Ruhe. Genosse G behandelt die Sozialisten als Trottel und Schwindler. Darauf kommen Redner und Zuhörer ins Schimpfen und ins Handgemenge. Stühle, Bänke, Tische treten ins Spiel und so weiter. Glaube man ja nicht, diese Art der Diskussion sei nur einer bestimmten Klasse von Wählern eigen und von deren sozialen Stellung abhängig. In jeder beliebigen Versammlung, bestehe sie auch nur aus akademischen Gebildeten, nimmt die Diskussion leicht dieselben Formen an. Ich habe dargetan, dass in der Masse die Menschen zur geistigen Gleichwertung neigen, was jederzeit zu erhärten ist. Als Beispiel diene folgender Auszug aus einem Berichte über eine ausschließlich aus Studenten bestehende Versammlung. Je weiter der Abend Fortschritt, desto heftiger wurde der Tumult. Ich glaube nicht, dass irgendein Redner zwei Phrasen ohne Unterbrechung vorbringen konnte. Jeden Augenblick ertönten Rufe von einer oder der anderen oder von allen Stellen zugleich. Es wurde applaudiert, gepfiffen. Erregte Diskussionen entspannen sich zwischen verschiedenen Zuhörern, Stöcke wurden drohend geschwungen, es wurde auf den Boden im Takte gestampft. Den Unterbrechern rief man zu, hinaus, auf die Tribüne. Herr C. überschüttet die Vereinigung mit Beiwörtern, wie hassenswert, feig, ungeheuer, gemein, käuflich, rachsüchtig und erklärt, er wolle sie vernichten und so weiter. Es könnte die Frage aufgeworfen werden, wie unter solchen Bedingungen sich die Meinung eines Wählers bilden kann. Aber eine solche Frage würde von einem befremdlichen Wahne betreffs der Freiheit, deren sich eine Gesamtheit erfreut, Zeugen. Die Massen haben nur eingeflößte, niemals überlegte Urteile. In unserem Falle liegen die Meinungen und Abstimmungen der Wähler in den Händen des Wahlkomitees, deren Führer oft irgendwelche Schankwerte sind, die auf die bei ihnen kreditgenießenden Arbeiter einen großen Einfluss ausüben. Wissen sie, was ein Wahlkomitee ist, schreibt einer der eifrigsten Verteidiger der gegenwärtigen Demokratie, Scherer. Ganz einfach der Schlussstein zu unseren Institutionen, das Hauptstück der politischen Maschinerie. Frankreich wird heute von den Komitees regiert. Es ist denn auch nicht allzu schwer, sie zu beeinflussen, wenn nur der Kandidat annehmbar ist und über genügende Mittel verfügt. Nach den Geständnissen der Geldgeber genügten drei Millionen zur Erlangung der vielfachen Wahl Boulangers. Dies ist die Psychologie der Wählermassen, sie ist dieselbe wie die der anderen Massen, weder besser noch schlechter. Ich will denn auch aus dem Vorstehenden nichts gegen das allgemeine Stimmrecht ins Treffen führen. Hätte ich über dessen Schicksal zu entscheiden, so würde ich es, wie es ist, erhalten, und zwar aus praktischen Gründen, die eben aus unserer psychologischen Untersuchung sich ergeben und die ich demgemäß darlegen werde. Ohne Zweifel sind die Unzuträglichkeiten des allgemeinen Stimmrechts zu sehr in die Augen fallend, als dass man sie verkennen könnte. Es ist nicht zu bestreiten, dass die Zivilisationen das Werk einer kleinen Minderheit überlegener Geister waren, welche die Spitze einer Pyramide bildeten, deren Stufen sich in dem Maße verbreitern, als der geistige Wert abnimmt und welche die tiefen Schichten eines Volkes darstellen. Wahrlich, die Größe einer Kultur kann nicht von der Wahl untergeordneter Elemente, die nichts als die Anzahl repräsentieren, abhängen. Auch sind ohne Zweifel die Wahlstimmen der Massen oft sehr gefährlich. Sie haben uns bereits einige Inversionen gekostet und mit dem Triumph des Sozialismus werden uns die Einfälle der Volkssouveränität gewiss noch viel teurer zu stehen kommen. Aber diese in der Theorie vortrefflichen Einwände büßen für die Praxis jede Kraft ein, wenn man sich der unüberwindlichen Macht, der zu Dogmen gewordenen Ideen erinnert. Das Dogma der Massensouveränität ist vom philosophischen Standpunkt ebenso wenig zu verfechten wie die religiösen Dogmen des Mittelalters, aber es ist heute im absoluten Besitze der Macht. Daher ist es ebenso unangreifbar, wie es einst unsere religiösen Ideen waren. Man denke sich einen modernen Freidenker vermöge einer magischen Gewalt mitten ins Mittelalter versetzt. Glaubt man, er würde, nachdem er die souveräne Macht der damals herrschenden religiösen Ideen erkannt hätte, ihre Bestreitung versucht haben? Hätte er, wenn er in die Hände eines Richters gefallen wäre, der ihn unter der Anschuldigung einen Pakt mit dem Teufel geschlossen zu haben, verbrennen wollte, daran gedacht haben, die Existenz des Teufels und des Hexensabbats zu bestreiten? Gegenüber den Überzeugungen der Massen gibt es ebenso wenig eine Diskussion wie gegenüber einem Zyklon. Das Dogma des allgemeinen Stimmrechts hat heute die Macht, die einst die Ideen des Christentums besaßen. Redner und Schriftsteller sprechen darüber mit einer Achtung und Schmalchelei, die ein Ludwig XIV. nicht erfahren hat. Hinsichtlich seiner muss man sich also wie hinsichtlich aller religiösen Dogmen verhalten. Die Zeit allein wirkt auf sie. Es wäre übrigens umso nutzloser, dieses Dogma erschüttern zu wollen, als es sichtliche Gründe für sich hat. In Zeiten der Gleichheit, bemerkte Tocqueville treffend, haben die Menschen wegen ihrer Ähnlichkeit kein Zutrauen zueinander. Dieselbe Ähnlichkeit aber lässt sie dem Urteil der Allgemeinheit fast unbeschränkt vertrauen. Denn es gilt ihnen als unwahrscheinlich, dass, da alle die gleiche Einsicht besitzen, die Wahrheit nicht auf der Seite der größten Anzahl zu finden sein soll. Darf man nun annehmen, die Abstimmungen der Massen würden durch eine Beschränkung des Wahlrechts, wenn man will, auf die Fähigkeiten eine Besserung erfahren? Ich kann daran nicht einen Augenblick glauben, und zwar aus den Gründen, die in der geistigen Inferiorität aller, wie immer zusammengesetzten Gesamtheiten liegen. In der Masse gleichen sich die Menschen stets einander an, und die Abstimmung von 40 Akademikern über allgemeine Fragen, ist nicht besser als jene von 40 Wasserträgern. Ich bin ganz und gar überzeugt, dass keine der dem allgemeinen Wahlrecht so vorgehaltenen Abstimmungen, wie etwa die Erneuerung des Kaisertums, anders ausgefallen sein würde, wären die Abstimmenden ausschließlich aus dem Kreise der Gelehrten und Literaten genommen worden. Nicht durch die Kenntnis des Griechischen oder der Mathematik, nicht weil er Architekt, Tierarzt oder Advokat ist, erwirbt jemand besondere Einsichten betreffs der sozialen Fragen. Alle unsere Nationalökonomen sind gelehrte Leute, meist Professoren und Akademiker. Gibt es nun ein einziges allgemeines Problem, wie der Protektionismus, der Bimetallismus und so weiter betreffs dessen, sie übereinzustimmen vermochten? Das kommt daher, dass ihre Wissenschaft nur eine sehr geminderte Form der allgemeinen Unwissenheit ist. Angesichts der sozialen Probleme, in denen so viele Unbekannte stecken, gleichen einander alle Ungewissheiten. Wenn nun die mit Wissenschaft vollgepfropften Leute für sich allein einen Wahlkörper bildeten, so wären ihre Abstimmungen nicht besser als die von heutzutage. Sie würden sich hauptsächlich durch ihre Gefühle und ihren Chorgeist leiten lassen. Wir hätten um keine Schwierigkeit weniger und nur noch sicherlich die harte Tyrannei der Kaste dazu. Beschränkt oder allgemein in einem republikanischen oder monarchischen Sinne, in Frankreich, Belgien, Griechenland, Portugal oder Spanien herrschend, ist die Abstimmung der Massen überall ähnlich und oft bringt sie die unbewussten Ansprüche und Bedürfnisse der Rasse zum Ausdruck. Der Durchschnitt der Gewählten in jedem Lande stellt die Durchschnittsseele der Rassen dar, die von einer Generation zu anderen so ziemlich die gleiche bleibt. Und so kommen wir noch einmal auf den von uns so oft vorgefundenen Grundbegriff der Rasse zurück, sowie auf jenen anderen aus dem ersteren sich herleitenden Gedanken, dass im Völkerleben die Institutionen und Regierungen nur eine unwesentliche Rolle spielen. Die Völker werden der Hauptsache nach durch ihre Rassenseele, das heißt durch die Residuen der Vorfahren, deren Summe diese Seele bildet, geleitet. Die Rasse und das Getriebe der täglichen Bedürfnisse, das sind die geheimnisvollen Mächte, die unsere Geschichte lenken. Fünftes Kapitel die Parlamentsversammlungen Die Parlamentsversammlungen gehören zu den heterogenen, nicht anonymen Massen. Trotz ihrer nach Zeit und Nation wechselnden Zusammensetzung gleichen sie einander hinsichtlich ihrer Merkmale außerordentlich. Der Rasseneinfluss macht sich hier wohl in der Milderung oder Übertreibung, nicht aber in der Verhinderung der Charakteräußerungen geltend. Die Parlamentsversammlungen der verschiedenen Länder, wie Griechenland, Italien, Portugal, Spanien, Frankreich und Amerika, weisen große Analogien in ihren Verhandlungen und Abstimmungen auf und stellen die Regierungen vor dieselben Schwierigkeiten. Das parlamentarische Regime stellt übrigens das Ideal aller modernen Kulturvölker dar. Es bringt den psychologisch falschen, aber allgemeingültigen Gedanken zum Ausdruck, dass viele vereinigte Menschen einer klugen und unabhängigen Entscheidung betreffs irgendeine Materie besser fähig sind als eine kleine Menge. In den Parlamentsversammlungen finden sich die Grundmerkmale aller Massen wieder. Die Einseitigkeit der Ideen, die Erregbarkeit, die Suggestibilität, die Überschwänglichkeit der Gefühle, der überwiegende Einfluss der Führer. Infolge ihrer besonderen Zusammensetzung aber weisen die parlamentarischen Massen einige Unterschiede auf, die wir weiter unten darlegen werden. Die Einseitigkeit der Anschauungen gehört zu den bedeutsamsten Merkmalen dieser Versammlungen. Bei allen Parteien, namentlich bei den lateinischen Völkern, besteht eine unabänderliche Tendenz zur Lösung der kompliziertesten sozialen Probleme mittels der einfachsten abstrakten Prinzipien und mittels allgemeiner, auf jeden Fall anwendbarer Gesetze. Natürlich sind die Prinzipien bei jeder Partei verschieden, aber durch ihre bloße Vereinigung zu Massen haben die Individuen stets die Tendenz, den Wert der Prinzipien zu überschätzen und die äußersten Folgerungen aus ihnen zu ziehen. Demgemäß repräsentieren die Parlamente vorzüglich die extremen Ansichten. Den vollkommensten Typus der Einseitigkeit der Versammlungen haben die Jakobiner der großen Revolution verwirklicht. Insgesamt Dogmatiker und Logiker, den Kopf voll vager Allgemeinheiten, waren sie bemüht unbekümmert, um die Tatsachen feste Grundsätze anzuwenden. Es konnte mit Recht gesagt werden, sie hätten die Revolution durchquert, ohne sie zu sehen. Mit ihren überaus einfachen Leitdogmen glaubten sie eine Gesellschaft von Grund aus neu organisieren und eine raffinierte Zivilisation zu einer früheren Phase der Gesellschaftsentwicklung zurückbringen zu können. Die gleiche absolute Einseitigkeit lassen auch die Mittel, deren sie sich zur Verwirklichung ihres Traumes bedienten, erkennen. In Wirklichkeit beschränken sie sich auf die gewaltsame Zerstörung dessen, was sie störte. Übrigens beseelte alle Girondisten, Bergpartei, Termidorianer und so weiter derselbe Geist. Die parlamentarischen Massen sind Suggestionen sehr zugänglich und die Suggestion geht hier wie bei den übrigen Massen von prestigebegabten Führern aus. Aber in den Parlamentsversammlungen hat die Suggestibilität sehr scharfe Grenzen, die zu verzeichnen von Wichtigkeit ist. Betreffs aller Fragen von lokalem oder regionalem Interesse hat jedes Mitglied einer Versammlung feste, unverrückbare Ansichten, die durch kein Argument zu erschüttern sind. Nicht einmal das Talent eines Demosthenes vermöchte die Abstimmung eines Abgeordneten über Fragen wie der Protektionismus oder das Privileg der Brandweinbrenner, welches Forderungen einflussreicher Wähler darstellt, zu ändern. Die vorangehende Suggestion seitens der Wähler ist stark genug, um alle anderen Suggestionen aufzuheben und eine absolute Festigkeit der Ansicht aufrecht zu erhalten. Über allgemeine Fragen aber, wie Sturz eines Ministeriums, Auflage einer Steuer und so weiter, besteht keinerlei Meinungsfestigkeit und hier können die Suggestionen der Führer zur Geltung kommen, nicht aber ganz so wie bei einer gewöhnlichen Masse. Jede Partei hat ihre Führer, die oft gleichen Einfluss besitzen. Die Folge davon ist, dass der Abgeordnete sich zwischen gegensätzlichen Suggestionen befindet und unvermeidlich sehr zögernd wird. Daher sieht man ihn oft nach Verlauf einer Viertelstunde in entgegengesetzter Weise abstimmen und einem Gesetze einen es zunichte machenden Zusatz hinzufügen, zum Beispiel den Industriellen das Recht der Auswahl und Entlassung ihrer Arbeiter nehmen und dann diese Maßnahme durch ein Amendement so ziemlich annullieren. Aus diesem Grunde hat eine Kammer in jeder Legislaturperiode neben sehr festen auch sehr unbestimmte Anschauungen. Da im Grunde die allgemeinen Fragen am zahlreichsten sind, so herrscht die Unentschiedenheit vor, durch die ständige Furcht vor dem Wähler genährt, dessen latente Suggestion stets dem Einfluss der Führer das Gegengewicht zu halten geeignet ist. Und doch sind zuletzt die Führer die eigentlichen Herren in den zahlreichen Versammlungen, wo die Versammlungsmitglieder keine entschiedenen Ansichten im Vorhinein besitzen. Die Notwendigkeit dieser Führer liegt auf der Hand, denn man findet sie unter dem Namen von Parteihäuptern in den Versammlungen aller Länder. Sie sind die wahren Gebieter der Versammlung. Ohne einen Herrn könnten die zu massen vereinigten Menschen nicht sein. Und so repräsentieren die Stimmen einer Versammlung im Allgemeinen nur die Anschauung einer kleinen Minderheit. Die Führer wirken sehr wenig durch ihre Ausführungen, viel aber durch ihr Prestige. Den besten Beweis dafür liefert der Umstand, dass sie nach Verlust dieses Prestige keinen Einfluss mehr haben. Dieses Führer Prestige ist individuell und hat nichts mit Namen und Berühmtheit zu tun. Jules Simon gibt uns, wo er über die großen Männer der Versammlung von 1848 spricht, recht interessante Beispiele dafür. Louis Napoleon war noch zwei Monate vor seiner Allgewalt nichts. Victor Hugo bestieg die Rednerbühne ohne Erfolg. Er wurde wie Felix Pia angehört, aber er hatte nicht den gleichen Beifall. Ich bin, sagte mir Volabel betreffs Felix Pia kein Freund seiner Ideen, aber er ist ein großer Schriftsteller und der größte Redner Frankreichs. Edgar Quinet, dieser seltene und mächtige Geist galt nichts. Vor der Versammlung hatte er seinen Moment der Popularität gehabt. In der Versammlung hatte er keinen. Die politischen Versammlungen sind jene Städte, wo der Glanz des Genies am wenigsten zur Geltung kommt. Man schätzt hier nur eine der Zeit und dem Ort angemessene Beretsamkeit und die nicht dem Vaterlande, sondern der Partei erwiesenen Dienste. Damit Lamartin im Jahre 1848 und Tiers 1871 zur Anerkennung kamen, bedurfte es des Antriebs des dringenden unabweislichen Interesses. Als die Gefahr vorüber war, war man mit der Furcht auch die Dankbarkeit los. Ich habe die Stelle wegen der Tatsachen, die sie enthält, nicht wegen der dort gelieferten Erklärungen angeführt. Diese sind von einer mittelmäßigen Psychologie. Eine Masse würde ihren Massencharakter sogleich einbüßen, wenn sie den Führern ihre Dienste, mögen diese nun dem Vaterlande oder der Partei erwiesen worden sein, anrechnen. Die dem Führer folgenden Massen unterliegen dessen Prestige, ohne dass ein Gefühl des Interesses oder der Dankbarkeit ins Spiel kommt. Der mit einem hinlänglichen Prestige begabte Führer besitzt denn auch eine fast unbeschränkte Gewalt. Bekannt ist der riesige Einfluss, den dank seines Prestiges ein berühmter Abgeordneter jahrelang besaß, der dann im Gefolge gewisser finanzieller Vorkommnisse bei den letzten Wahlen unterlegen ist. Auf ein bloßes Zeichen von ihm waren die Minister gestürzt. Ein Schriftsteller hat die Tragweite seines Wirkens wie folgt klar gekennzeichnet. Herrn X besonders verdanken wir es, dass wir Tonking dreimal so teuer erkauft haben, als es hätte kosten dürfen, dass wir auf Madagaskar nur eine unsichere Position erlangt haben, dass wir um ein ganzes Reich am unteren Niger gekommen sind, dass wir in Ägypten unsere ehemalige Vorherrschaft eingebüßt haben. Die Theorien des Herrn X haben uns mehr an Territorium gekostet als die Niederlagen Napoleons des Ersten Wir dürfen dem betreffenden Führer nicht zu sehr zürnen. Gewiss ist er uns teuer zu stehen gekommen, aber ein großer Teil seines Einflusses hing mit seiner Anschmiegung an die öffentliche Meinung zusammen, die in kolonialen Fragen keineswegs die von heute war. Selten schreitet ein Führer der öffentlichen Meinung voran, fast immer begnügt er sich damit, ihr zu folgen und alle ihre Irrtümer zu teilen. Die Überredungsmittel der Führer sind, abgesehen vom Prestige, die von uns schon wiederholt aufgezählten Faktoren. Zu deren geschickten Handhabung muss der Führer wenigstens unbewusst die Psychologie der Massen erfasst haben und wissen, wie man zu ihnen zu sprechen hat. Vor allem aber muss er den faszinierenden Einfluss der Worte, Formeln und Bilder kennen. Er muss eine besondere Beretsamkeit besitzen, zusammengesetzt aus energischen, beweislosen Behauptungen und eindrucksvollen, von ganz humorischen Reflexionen umrahmten Bildern. Es ist das eine Art der Beretsamkeit, die sich in allen Versammlungen, in Begriffen des englischen Parlament, das Reifste von allen, findet. Wir können, bemerkt der englische Philosoph Maine, beständig über Verhandlungen im Hause der Gemeinen lesen, in denen alle Diskussionen im Austausch recht schwacher Gemeinplatze und recht grober Anzüglichkeiten besteht. Auf die Fantasie einer reinen Demokratie übt diese Art allgemeiner Formeln eine wunderbare Wirkung aus. Stets wird sie die Tendenz haben, dass eine Masse allgemeinen Sätzen, die mit eindrucksvollen Worten vorgebracht werden, zustimmt, wiewohl sie niemals bewahrheitet und vielleicht auch einer Verifikation gar nicht fähig sind. Die Bedeutung der Schlagworte, wie sie in dem Schiff, den unlauteren Politiker und den mörderischen Anarchisten nach den Fieberländern der Verbannung bringen wird, werden sie miteinander sich besprechen können und werden einander gegenseitig als die beiden komplementären Seiten derselben Gesellschaftsordnung erscheinen. Das dadurch hervorgerufene Bild ist recht anschaulich und alle Gegner des Redens fühlen sich durch dasselbe bedroht. Sie sehen mit einem Male die Fieberländer, das Fahrzeug, das sie hinführen kann. Denn gehören sie nicht vielleicht zur wenig abgegrenzten Klasse der bedrohten Politiker? Sie empfinden demnach die gleiche dumpfe Angst, welche die Konventmitglieder haben empfinden müssen, welche durch die Wagenreden Robespierres mehr oder weniger mit der Guillotine bedroht wurden und ihm unter dem Drucke dieser Furcht stets Nachgaben. Die Führer haben alle ein Interesse in die unwahrscheinlichsten Übertreibungen zu verfallen. Der Redner, von dem ich soeben eine Phrase zitierte, konnte ohne großen Protest behaupten, die Bankiers und die Priester hätten Bombenwerfer in ihrem Solde und die Verwaltungsräte der großen Finanzgesellschaften verdienten dieselbe Strafe wie die Anarchisten. Auf die Massen wirken solche Sätze immer. Nie ist die Behauptung zu gewaltig, die Deklamation zu drohen. Nichts erschüttert die Zuhörer mehr als diese Beretsamkeit. Sie fürchten durch ihren Widerspruch als Verräter oder Mitschuldige zu gelten. Diese eigene Beretsamkeit hat, wie gesagt, stets alle Versammlungen beherrscht. In kritischen Zeiten ist sie nur noch prononciierter. In dieser Beziehung ist die Lektüre der Ansprachen der großen Redner, welche die Revolutionsversammlungen zusammensetzten, sehr interessant. Jeden Augenblick glaubten sie innehalten zu müssen, um das Verbrechen zu verdammen und die Tugend auf den Schild zu heben. Dann brachen sie in Verwünschungen gegen die Tyrannen aus und schworen, es freie zu leben oder zu sterben. Die Zuhörerschaft erhob sich, applaudierte frenetisch und ließ sich dann wieder nieder. Zuweilen kann der Führer sehr intelligent und gebildet sein, aber das schadet ihm in der Regel mehr, als es ihm nützt. Die Intelligenz, welche die Kompliziertheit der Dinge zeigt und ein Erklären von Begriffen gestattet, macht stets nachgiebig und verhindert erheblich die Kraft und Gewalt der den Aposteln nötigen Überzeugungen. Die großen Führer aller Zeiten, besonders die der Revolution, waren kläglich beschränkt. Und gerade die beschränktesten haben den größten Einfluss ausgeübt. Die Reden des berühmtesten unter ihnen, Robespieres, verblüfften oft durch ihre Zusammenhangslosigkeit. Bei der bloßen Lektüre derselben findet man keine plausible Erklärung für die ungeheure Rolle des mächtigen Diktators. Gemeinplätze und Wortschwalle pädagogischer Beretsamkeit und lateinischer Bildung im Dienste eines mehr kindischen als Plattengeistes, der sich im Angriff und der Abwehr auf das Komm nur her der Schüler zu beschränken scheint. Nicht ein Gedanke, keine Wendung, kein Zug, die Langweile im Sturm. Nach dieser niederschlagenden Lektüre hat man Lust, mit dem liebenswürdigen Camille des Mouly O.W. zu seufzen. Man erschrickt zuweilen, wenn man an die Macht, welche ein mit Prestige begabter Mann durch die Vereinigung einer starken Überzeugung mit einer besonderen Geistesbeschränktheit erlangt. Es bedarf aber dieser Bedingungen, um die Widerstände zu übersehen und um wollen zu können. Instinktiv erkennen die Massen in diesen kraftvollen Überzeugten, den von ihnen alle Zeit benötigten Gebieter. Der Erfolg einer Rede in einer Parlamentsversammlung hängt fast ausschließlich vom Prestige des Redners, ganz und gar nicht aber von den Gründen, die er vorbringt, ab. Beweis dafür ist der Verlust seines Einflusses, das heißt der Macht der beliebigen Stimmenleitung, zugleich mit dem Verlust des Prestiges des Redners. Ein unbekannter Redner, dessen Rede gute Argumente, aber auch nicht mehr enthält, hat keinerlei Aussicht, auch nur angehört zu werden. Ein alter Abgeordneter, Herr Desubiers, hat kürzlich das Bild des prestigelosen Deputierten wie folgt entworfen. Sobald er die Rednerbühne bestiegen, entnimmt er seiner Aktentasche einen Aktenstoß, den er planmäßig vor sich ausbreitet und dann beginnt er voll Zuversicht. Er glaubt, er werde die Überzeugung, von der er beseelt ist, in die Seelen der Hörer verpflanzen. Er hat seine Argumente erwogen und wieder erwogen, ist von Ziffern und Beweisen erfüllt, ist sicher Recht zu haben. Vor der Evidenz seiner Darlegungen wird aller Widerstand schwinden. Er beginnt auf sein gutes Recht und auf die Aufmerksamkeit seiner Kollegen vertraunt, die er gewiss sich nur vor der Wahrheit beugen wollen. Er spricht und sogleich verwundert ihn die Bewegung im Saale, er ist durch den entstandenen Lärm etwas erregt. Warum wird es nicht ruhig? Weshalb diese allgemeine Unaufmerksamkeit? Woran denken denn diejenigen, die miteinander sprechen? Welches dringende Motiv veranlasst jenen anderen, seinen Platz zu verlassen? Unruhe befällt ihn, er rünzelt die Stirn, hält ein. Durch den Vorsitzenden ermutigt, fährt er mit erhobener Stimme fort. Dieselbe Unachtsamkeit. Er spricht lauter, agitiert, der Lärm um ihn steigert sich nur. Er versteht sich selbst nicht mehr, hält wieder ein und spricht dann weiter, aus Furcht sein Stillschweigen könne den Schlussruf herbeiführen. Der Lärm wird unerträglich. Sobald die Parlamentsversammlungen in einem gewissen Grad der Erregung geraten sind, gleichten sie völlig den gewöhnlichen, heterogenen Massen und ihre Gefühle weisen demnach die Besonderheit auf, stets extremer Art zu sein. Sie werden dann zu den größten Heldentaten oder zu den ärgsten Ausschreitungen fähig sein. Das Individuum ist hier nicht mehr es selbst, und zwar so wenig, dass es für die seinen Eigeninteressen entgegengesetztesten Maßnahmen stimmen wird. Die Geschichte der Revolution zeigt uns, in welchem Maße die Versammlungen unbewusst werden und den ihren Interessen entgegengesetztesten Suggestionen gehorchen können. Für den Adel war es ein riesiges Opfer, auf seine Privilegien zu verzichten und doch tat er es in einer berühmten Nacht der Konstituante. Für die Konventsmitglieder bedeutete der Verzicht auf ihre Unverletzlichkeit eine ständige Todesandrohung und doch leisteten sie ihn und fürchteten nicht, einander wechselseitig zu dezimieren, obzwar sie genau wussten, dass Schafott, auf das sie ihre Kollegen heute schickten, seinen selbst für morgen vorbehalten. Aber sie waren bei jenem Grade des Automatismus angelangt, den ich geschildert habe, und kein Bedenken konnte sie hindern, den sie hypnotisierenden Suggestionen zu gehorchen. Folgende Stelle aus den Memoiren eines von ihnen. Bilot Varenay ist in dieser Hinsicht durchaus typisch. Die uns so vorgeworfenen Entscheidungen wollten wir zwei Tage, einen Tag vorher meist selbst nicht, nur die Krise gab sie ein. Nichts ist zutreffender. Dieselben Phänomene des Unbewussten treten während aller stürmischen Sitzungen des Konvents auf. Sie billigen und beschließen, sagte Tane, bevor sie Abscheu halten, nicht bloß Dummheiten und Narrheiten, sondern Verbrechen, Mord unschuldiger Freundesmord. Die mit der Rechten verbundene Linke schickt einmütig und unter dem größten Beifall ihr natürliches Haupt, Danton, dem großen Förderer und Leiter der Revolution aufs Schafott. In eben solcher Weise stimmt, mit der Linken einig, die Rechte für die schlimmsten Beschlüsse der revolutionären Regierung. Einmütig, unter Bezeugungen der Bewunderung und des Enthusiasmus und lebhaften Sympathie-Kundgebungen für Cologne de Herbaud, Couton, Robespierre, hält mittels spontaner, vielfacher Wiederwahl der Konvent die mörderische Regierung aufrecht, welche die Tal-Partei wegen ihrer Mordtaten hasst und die Berg-Partei verabscheut, weil sie durch jene dezimiert wird. Tal und Berg, Majorität und Minorität sind schließlich gewillt, ihren eigenen Selbstmord zu fördern. Am 22. Priareal hat der ganze Konvent den Hals hinausgestreckt, am 8. Termidor, während der ersten Viertelstunden nach der Rede Robespierres wieder. Das Bild kann zwar düster erscheinen, ist aber treu. Die genügend erregten und hypnotisierten Parlamentsversammlungen weisen dieselben Kennzeichen auf. Sie werden zu einer allen Impulsen gehorchenden wandelbaren Herde. Folgende Schilderung der Versammlung von 1848 aus der Feder eines Parlamentiers von unzweifelhafter demokratischer Gesinnung des Herrn Spuler ist recht typisch. Ich entnehme sie der Revue Litteräre. Es finden sich da selbst alle die überschwänglichen Gefühle der Massen, die ich beschrieben habe, sowie eine außerordentliche Wandelbarkeit, die es ermöglicht, in jedem Augenblick die Leiter der entgegengesetzten Gefühle zu durchfliegen. Zwietracht, Eifersucht, Verdacht und dann wieder blindes Vertrauen und schrankenlose Hoffnungen haben die republikanische Partei vernichtet. Ihre Naivität und Einfalt kamen nur ihrem universellen Misstrauen gleich. Kein Sinn für Gesetzlichkeit, kein Geist der Disziplin, Besorgnisse und Illusionen ohne Maß. Bauern und Kinder gleichen sich in dieser Hinsicht. Ihre Ruhe Wetteifert mit ihrer Ungeduld. Ihre Wildheit kommt ihrer Folksamkeit gleich. Ein Temperament, das nicht reif ist und ein Mangel an Erziehung. Nichts setzt sie in ein Staunen, alles verwirrt sie. Zitternd, furchtsam, unverzagt, heroisch, zugleich, werden sie sich in die Flammen stürzen und vor einem Schatten zurückweichen. Die Wirkungen und Beziehungen der Dinge sind ihnen unbekannt. Ebenso schnell entmutigt wie erregt, allen Paniken unterworfen, stets zu hoch oder zu niedrig, niemals mit dem nötigen Grade und Maße. Beweglicher als das Wasser reflektieren sie alle Farben und nehmen sie alle Formen an. Welche Basis für die Regierung kann man bei ihnen erhoffen? Zum Glück äußern sich die von uns geschilderten Eigenschaften keineswegs ständig. Die Parlamentsversammlungen sind nur in bestimmten Momenten Massen. In vielen Fällen bewahren die ihnen angehörenden Individuen ihre Individualität. Daher kann denn auch eine Versammlung vorzüglich sachgemäße Gesetze ausarbeiten. Allerdings haben dieselben einen Fachmann zum Urheber, der sie im stillen Arbeitszimmer vorbereitet hat. Das abgestimmte Gesetz ist in Wahrheit das Werk eines Individuums, nicht einer Versammlung. Natürlich sind das die besten Gesetze. Unheilvoll werden sie nur, wenn sie durch eine Reihe von Amendements kollektiv werden. Das Werk einer Masse ist stets und überall geringwertiger als das eines isolierten Individuums. Es sind die Fachmänner, die die Versammlungen vor allzu sinnlosen, unerfahrenen Maßnahmen bewahren. Der Fachmann ist dann momentan ein Führer. Die Versammlung wirkt nicht auf ihn, sondern er auf sie. Trotz aller Schwierigkeiten ihrer Funktion stellen die Parlamentsversammlungen noch das Beste dar, was die Völker zu ihrer Regierung und namentlich zur möglichsten Befreiung zum Joche persönlicher Tyrannei herausgefunden haben. Sie sind sicher das Ideal einer Regierung wenigstens für Philosophen, Denker, Schriftsteller, Künstler und Gelehrte, kurz für alles, was den Gipfel der Kultur darstellt. Übrigens bringen sie nur zwei ernstliche Gefahren mit sich. Erstens die Verschwendung der Finanzen, zweitens die progressive Beschränkung der individuellen Freiheit. Die erste Gefahr ist die notwendige Folge der kurzsichtigen Ansprüche der Wählermassen. Wenn ein Parlamentsmitglied eine Maßnahme in Vorschlag bringt, die demokratischen Ideen sichtlich entspricht, wie eine allgemeine Arbeiterpension, die Erhöhung des Gehaltes der Bahnwärter, Lehrer und so weiter, so werden die anderen durch die Furcht vor den Wählern suggestionierten Abgeordneten sich nicht den Anschein geben wollen, als ob sie die Interessen jener durch Ablehnung der proponierten Maßnahme missachteten, obwohl sie wissen, dass sie das Budget stark beschweren und die Auflegung neuer Steuern herbeiführen wird. Sie können nicht zaudern, dafür zu stimmen. Während die Folgen der Ausgabenvermehrung in der Ferne liegen und für sie keine unangenehmen Wirkungen haben, könnten die Folgen einer negativen Abstimmung schon an dem nächsten Tage, wo sie sich dem Wähler vorstellen müssen, klar ersichtlich werden. Außer dieser ersten Ursache der Überspannung der Ausgaben besteht noch eine andere, nicht weniger gebieterische, die Verpflichtung, alle Ausgaben von rein lokalem Interesse zu bewilligen. Ein Abgeordneter kann sich ihnen nicht widersetzen, weil sie ebenfalls Forderungen der Wähler darstellen und weil jeder Abgeordnete das für seinen Wahlbezirk benötigte nur dann erlangen kann, wenn er den entsprechenden Forderungen seiner Kollegen will fahrt. Die zweite der oben gewährten Gefahren, die notwendige Einschränkung der Freiheit durch die Parlamentsversammlungen ist zwar weniger sichtbar, aber doch sehr real. Sie ist keine Folge der zahllosen, stets beschränkenden Gesetze, deren Konsequenzen die kurzsichtigen Parlamente nicht bedenken und für die sie stimmen zu müssen glauben. Diese Gefahr muss wohl unvermeidlich sein, denn selbst England, gewiss der vollkommenste Typus des parlamentarischen Regimes, wo der Abgeordnete am unabhängigsten vom Wähler ist, vermochte nicht, ihr zu entgehen. Herbert Spencer hatte in seiner alten Arbeit dargetan, die Zunahme der Erscheinbaren müsse von der Abnahme der wirklichen Freiheit begleitet sein. In seiner neuen Schrift Man Versus State nimmt er dieselbe These wieder auf und sagt über das englische Parlament folgendes Die Gesetzgebung hat den von mir angegebenen Verlauf genommen. Sich rasch vervielfachende diktatorische Maßnahmen haben die stete Tendenz gehabt, die individuelle Freiheit zu beschränken, und zwar auf zweifache Weise. Gesetzliche Regelungen sind mit jedem Jahre mehr aufgetreten, die dem Bürger dort, wo früher sein Handeln völlig frei war, eine Beschränkung auferlegen und ihn zur Ausübung von Handlungen zwingen, die er früher beliebig begehen oder unterlassen konnte. Zugleich haben immer drückender werdende besonders lokale Abgaben seine Freiheit im Vorhinein beschränkt, indem sie den von ihm nach Gefallen auszugebenden Teil seiner Einkünfte beschnitten und den Teil vermehrten, der ihm genommen wird, um nach dem Willen der öffentlichen Gewalten verausgabt zu werden. Diese progressive Freiheitsbeschränkung bekundet sich in allen Ländern in einer besonderen von Spencer nicht angegebenen Weise. Die Schaffung jener unzähligen Reihen gesetzlicher Maßnahmen allgemein beschränkender Art führt notwendig zur Vermehrung der Menge, der Macht und des Einflusses der mit deren Anwendung betrauten Funktionäre. Sie haben so die wachsende Tendenz, die wahren Gebieter der Kulturländer zu werden. Ihre Macht ist umso größer, als in dem unaufhörlichen Machtwechsel bloß die administrative Kaste ihr entgeht, da sie die einzige ist, die unverantwortlich, unpersönlich und perpetuell ist. Nun gibt es keinen Despotismus, der härter ist als jener, der in dieser dreifachen Gestalt auftritt. Diese fortwährende Schaffung von Gesetzen und Beschränkungsmaßnahmen, die mit den byzantinischen Formalitäten die unbedeutendsten Lebensakte umgeben, hat zur notwendigen Folge die zunehmende Einengung der Sphäre, in der sich die Bürger frei bewegen können. Ein Opfer der Illusion, die Freiheit und die Gleichheit würden durch Vermehrung der Gesetze besser gesichert, werden die Völker immer mehr dadurch gehemmt. Sie nehmen diese Hemmungen nicht ungestraft auf sich. Gewohnt jede Art von Joch zu ertragen, suchen sie ein solches bald auf und büßen zuletzt alle Spontaneität und Energie ein. Sie sind dann nur wesenlose Schatten, passiver Automaten, Willen, Widerstands und kraftlos. Die Kräfte, die der Mensch in sich selber nicht mehr findet, muss er dann außerhalb seiner suchen. Mit der wachsenden Indifferenz und Ohnmacht der Bürger muss die Bedeutung der Regierungen noch mehr wachsen. Sie müssen nun den Unternehmungsgeist und die Initiative besitzen, die die Spießbürger nicht mehr haben. Sie haben alles zu unternehmen, zu leiten, zu schützen. Der Staat wird zum allmächtigen Gotte. Die Erfahrung lehrt aber, dass die Macht solcher Götter niemals sehr dauerhaft und niemals sehr stark war. Die progressive Freiheitsbeschränkung bei gewissen Völkern, bei äußerlicher Ungebundenheit, die ihnen die Illusion der Freiheit gewährt, scheint eine Folge ihres Alters und auch des Regimes zu sein. Sie stellt eines der Vorzeichen jener Phase der Entartung dar, der bisher noch keine Kultur hat entgehen können. Darf man nach den Lehren der Vergangenheit und nach den allerseits sich zeigenden Symptomen Urteilen, so sind mehrere von unseren modernen Kulturen bei dieser der Dekadenz vorangehenden Phase des höchsten Kreises Alters angelangt. Identische Phasen scheinen für alle Völker eine Notwendigkeit zu bedeuten, da sie in der Geschichte so oft auftreten. Es ist leicht, diese Phasen allgemeiner Kulturentwicklung summarisch zu kennzeichnen und dies soll den Beschluss unserer Arbeit bilden. Betrachten wir in großen Zügen das Wesen der Größe und des Verfalls der Kulturen der Vergangenheit, so sehen wir Folgendes. Im Aufgange dieser Kulturen eine Menschengruppe von verschiedener Abstammung durch Wanderungen, Einfälle und Eroberungen zufällig vereinigt. Verschiedenen Blutes, verschiedener Sprache und Anschauungen haben diese Menschen kein Vereinigungsband als das halb anerkannte Gesetz eines Häuptlings. In diesem bunten Haufen finden sich die psychologischen Merkmale der Massen in höchstem Maße. Sie weisen deren momentanen Zusammenhang, die Heldentaten, die Schwächen, die Impulse und Gewalttätigkeiten auf. Nichts ist bei ihnen stabil. Es sind Barbaren. Die Zeit tut ihr Werk. Die Gleichheit des Milieus, die wiederholten Kreuzungen, das Bedürfnis eines Gemeinschaftslebens üben ihren Einfluss aus. Der Haufen verschiedener Elemente beginnt zu verschmelzen und eine Rasse, das heißt ein Aggregat mit gemeinsamen Eigenschaften und Gefühlen, die durch Vererbung sich immer mehr befestigen, zu bilden. Die Masse ist ein Volk geworden und dieses Volk kann die Barbarei verlassen. Gänzlich wird es aber erst dann geschehen, wenn es nach langen Anstrengungen unaufhörlich wiederholten Kämpfen und unzähligen Ansätzen ein Ideal erworben hat. Welche Art dieses auch sei, ob der Kult des Roms, die Macht Athens oder der Triumph Allahs, es wird imstande sein, allen Mitgliedern der sich bildenden Rasse eine vollkommene Einheit des Fühlens und Denkens zu verleihen. Nun kann eine neue Kultur mit ihren Institutionen, Überzeugungen und Künsten entstehen. Von ihrem Traume fortgerissen wird die Rasse nach und nach alles gewinnen, was Glanz, Kraft, Größe verleiht. Manchmal wird sie zweifellos Masse sein, aber hinter den wandelbaren und wechselnden Eigenschaften der Masse wird sie das feste Substrat, die Rassenseele befinden, welche die Schwingungsweite eines Volkes eng begrenzt und den Zufall regelt. Nach Vollzug ihrer schöpferischen Wirkung aber beginnt die Zeit jenes Zerstörungswerk, dem weder Götter noch Menschen entgehen. Ist die Kultur auf einem gewissen Niveau der Macht und Kompliziertheit angelangt, so hört sie zu Wachsen auf und ist dann gleich zum baldigen Niedergange verurteilt. Die Stunde des Alterns wird ihr geschlagen. Diese unentrinnbare Stunde ist stets durch die Schwächung des Ideals gekennzeichnet, welches die Rassenseele erhob. In dem Maße, als dieses Ideal verbleicht, beginnen alle religiösen, politischen und sozialen Gebilde, die durch dasselbe inspiriert wurden, zu wanken. Mit dem fortschreitenden Schwinden ihres Ideals verliert die Rasse immer mehr das, was ihren Zusammenhalt, ihre Einheit und Stärke bildet. Das Individuum kann an Persönlichkeit und Zugleich tritt aber an die Stelle des Kollektiv Egoismus der Rasse eine extreme Entfaltung des Individual Egoismus, die von einer Schwächung des Charakters und einer Verringerung der Tatkraft begleitet ist. Was erst ein Volk, eine Einheit, einen Block bildete, wird zuletzt ein Haufen zusammenhangsloser Individuen, die nur noch künstlich durch die Traditionen und Institutionen zusammengehalten werden. Und dann tritt der Fall ein, dass die durch ihre Interessen und Ansprüche getrennten Menschen, die sich nicht mehr zu regieren vermögen, in den unbedeutendsten Handlungen regiert zu werden verlangen und dass der Staat seinen alles absorbierenden Einfluss ausübt. Mit dem endgültigen Verluste des früheren Ideals verliert zuletzt die Masse gänzlich ihre Seele, sie ist dann nur noch eine Menge isolierter Individuen und wird wieder zu dem, was sie in ihrem Ausgangspunkte war, zu einer Masse. Sie hat jetzt alle flüchtigen, unbeständigen und zukunftslosen Eigenschaften dieser. Die Kultur ist jetzt ohne Festigkeit und allen Zufällen preisgegeben. Der Plebs herrscht und die Barbaren dringen vor. Noch kann die Zivilisation glänzend erscheinen, weil sie die von einer langen Vergangenheit geschaffene äußere Fassade besitzt, in Wahrheit aber ist sie ein wurmstichiger Bau, der keine Stütze hat und beim ersten Sturm zusammenbrechen wird. Von der Barbarei einem Traume nachgehend zur Zivilisation dann, sobald dieser Traum seine Kraft eingebüßt, zu Niedergang und Tod. Das ist der Zyklus eines Volkslebens. Zyklus 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 Zyklus